...Energiesparzei. Vielleicht würde es mal stören, so ein bisschen stört. Soll ich mir E.G. drücken? Drück mal drauf oder so. Ich stehe auf. Was ist die Cousine 1 schicken? Ja, jetzt ist wieder. Hä? 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 Woher ist das ausgegangen? Ich brauche vielleicht Energiesparzei. Ich gehe bei dir mein Biken nicht aus. Ich weiß. Bei deinem Aufstück sind jedes Mal neue Abenteuer. Ich brauche es nicht noch an. Du hättest gegabt. Jetzt steht auch nicht mehr in X-Top 2. Vorhin stand das noch. Das kann man erst noch nach 2. Ja. Prüfdatum war letztes Jahr im September. Dieses Jahr... Nee, 2020 im September. Dieses Jahr... September steht ja die Hauptprüfung an. Da ist er schon wieder aus. Wenn wir die Nachbarn nicht mehr haben, soll ich ein E.G. drücken? Mhm. Weil ich verstehe nicht, warum das Licht nicht ausgeht. Weißt du die noch? Wann? Mach mal ein paar Fälle. Power 2019. 2020 wurde der in Betrieb genommen. Kratzer. Peter. Ich hätte Nachbarn gehört. Hier oben. Ja. Uh. Hey. Ja. Nee, das geht nicht zum Zweig. Du. Ja. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm.